Wär geil, wenn wir gleich im Hotel sporen würden. Ist ja da, dann gibt es ja den Sporen, aber wenn du den brauchst, kriegst du den nicht. So ist es. Doch, geil. Muss auf der Straße im Hotel oder wie läuft das ab? Na ja, im Hotelbereich. Dann können wir noch hier so ein bisschen gucken, was es hier gibt. Hast du Schlüssel mit, ja? Ja. Für 215. Okay, das ist mal noch vorn. Noch nie benutzt. Hier hast du es. Ja. Ist aber ein Questraum. Ja. Mhm. Ich guck schon mal runter, ob Skeppis da sind. Mhm. Ja, hier ist aber nichts Besonderes drinne. Bei Quest-Kino. Mhm. Okay, wo lang bist du gelaufen? Ich bin treppe runter und hier im Apothekenraum. Und da, wo wir gekommen sind? Nee, nee. Links runter, wenn ich rauskomme. Du kommst gerannt? Mhm. Ich hab hier sogar mal einen Stim gefunden. Jetzt komm ich, jetzt komm ich die Treppen runter. Okay, da musst du rechts rum. Ja. Da hörst du mich ja schon wüten. Hier an. Ja, okay. Und wo sind die Schlüsse gekommen, hast du es? Von da vorne. Von da rechts irgendwo. Mhm. Hier rennt was. Ach nee, jetzt warst du, oder? Mhm. Okay. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Oh, der hat ein Pilgrim dabei. Kannst du nehmen, wenn du willst. Nee, ich nehm den jetzt. Ganz breit. Ich glaube, ich jetzt überstrüge mich. Ich muss erst mal klippen. Ich muss erst mal klippen. Läufst du? Ja, ich schnaufe. Ich bin jetzt bei der zweiten Skeptik, die du getötet hast. Okay. Gucken, ob die alle so haben. Labe dich. Ich hab nix besonderes. Fünf Stück brauch ich noch. Nice. Und dann muss ich noch mal rein mit einer gelben Flare. Die muss ich hier abfeuern. Gelb oder grün? Gelb, glaub ich. Wieso denn gelb? Ich dachte, grün ist veräxtet. Ja, aber ich darf nicht extra exfiltrieren. Ich muss hier irgendwie wahrscheinlich den Bereich markieren oder so. Okay, okay. Und die musst du aber in eine ganz bestimmte Höhe schießen. Ah, okay. Das ist auch noch so. Ich weiß nicht, was das heißt. Du sollst auf jeden Fall besser eine Pistole mitnehmen und so eine Patronen dafür. Schnapp ihn dir. Ja, ja, ja. Ich bin weg. Hallo. Uiuiui. Gut, gut. Das war geil. Du darfst dich verlustieren an diesen Typen. Ich will bloß Loot. Äh, killen. Loot. Ich will bloß Loot. Achso, warte mal. Ich habe ja gar keinen Rucksack. Hast du einen Rucksack hier liegen lassen? Ja, bei dem Skeft. Bei dem ersten direkt. Geil. Ich habe es selbst gehört. Gucken wir gleich mal hier runter. Von wo? Hier ist nichts. Oh ja, Sackgasse. Aha. Ich bleib hier links und nehme nochmal links. Ist da jetzt hier drin oder war das? Ja, da ging doch ganz, ging ich nicht. Aber. Hier aber eine rein. Nice. Nice. Okay. Okay. Gut, drei Stück. Komm zurück. Ja. So, noch zwei. Da werden schon noch zwei Skefts kommen. Ne, einen brauche ich sogar noch. Nur noch. Na, nice. Krass. Den werden wir wohl finden in dieser Runde. Mhm. Das ist wenigstens mal eine gute Quest. Hier hast du immer genug Skefts. Na, Peter. Das hört sich so gut an. Wahrscheinlich hat er seine toten Kumpel entdeckt. Jetzt geht er direkt bei mir an den Treppen. Jetzt komme ich hier hinten die Treppen hoch. Ja. Der ist direkt an den Treppen. Okay, hab ihn. Okay, Taschenlampe bin ich. Gut. Hätten hier kommt. Wieso hat er mit dir gesprochen, alter? Die reackten jetzt auf Voice Lines. Aha. Hab ich so gehört. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber, hab ich echt so angehört. Ja. Also, wenn ich weiß, ist fertig, ne? Na ja, bis auf die Pistole noch. Ja, ja, also jetzt, äh, mit Gass meine ich. Shoot Yellow Flair. Sollen wir dann, äh, nochmal kurz ein bisschen was looten gehen? Ja. Den hab ich gequält, Junge. Oh, hier liegt ein Hammer. Da stand, hast du das gesehen? Bist du in das Haus reingegangen? Ja, ja. Oh Mann. Ich werde dich den Pilgrim auch absetzen. Ja, wir machen jetzt die Taschen voll. Die Quest ist eh ledig. Reinkommen müssen wir sowieso nochmal wegen der Fackel. Ja. Jetzt können wir nochmal versuchen, die Taschen auch voll zu machen. Irgendwann hat ein Skeffi geschrien, wie am Spieß. Was willst du eigentlich im Lexus? Äh, looten. Da würde ich lieber ins IDEA rüber gehen. Äh, ich hab dann ja den Schlüssel für oben. Und danach wollte ich von da aus rüber, da wo diese, ähm, Gitterboxen sind. Und von da aus dann, äh, rüber, wo, wie heißt dies nochmal, Runde, Concordia, da unten nochmal in die Tiefgarage und da oben nochmal in die 34. Okay. Wenn wir da nochmal die Taschen voll machen und dann raus. Dann ist man auch direkt bei Evocation. Der Mann hat viel vor. Ja, wir haben ja noch Zeit. Wir haben ja noch viel Zeit. Oh, warte, ich seh'n Sniper. Das erste Mal, dass ich hier einen Sniper sehe. Okay, gut, gut zu wissen, aber jetzt, dass hier wo der ist. Ja, und auf dem Lexus sind sie auch. Da hab ich sie noch nie gesehen. So, wollen wir uns jetzt vor, zum Lexus schlagen? Mhm. Hier. Na, geh vor. Du wolltest hin? Geh vor. Nee, nicht da lang. Na, hier außen. Dann ist da aufmerjert. Naja, da. Genau. Dann ist da aufmerjert durch den gesamten Innenhof. Dann müssen wir wieder, dann sind wir ja schon praktisch da, wo du... Ah! Schüsst du von hinten? Geh mal hier rein. Ja, stimmt. Ich dachte, du hast von vorne, weil ich auch ein Skepp von vorne gehört hab. Du bist im Nachbarhaus, oder? Ja. Gehen aber nicht. Hm. Aber schießt noch was. Du läufst. Ich lauf jetzt. Okay, es ist easy. Die haben Bock. Waren die unten? Mhm. Aber was hat auf uns... Also, für mich sah es aus, als wäre ein Schuss von hinten in die Metallplatte eingeschlagen. Oder kam der von vorne und ging durch. Das weiß jemand nicht. Ich hab genau gesehen, also, dass die, ähm... der Schuss an die Platte vorne geplatzt ist. Okay. Ja. Von hinten? Mhm. Von hinten sagt Sven hier auch. Ja. Ich würd weiterlaufen jetzt. Ich glaub, hier ist es jetzt nicht mehr. Doch, ich. Besser beim Spieler. Ich komm auch rüber. Pass auf, der eine Skeff lebt noch. Okay, hab ihn. Wir müssen hier weg, Alter. Das ist keine gute Stelle hier. Wir müssen wieder rüber. Direkt rüber. Okay, jetzt rüber ins Gletschus rein. Hier wurde schon was abgeknallt, Auffassen. Mhm. Ich bleib mal... Ich bleib mal unten, wollt ich sagen. Dann kannst du hochkommen, hier ist, äh, nicht aufgeschossen gewesen. Hier ist, glaub ich, sicherer. Ja, Pukawo. Ich schau einmal kurz rüber. Ob ich was seh. Du rennst. Ja, ich renne. Wow, 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 hot zone, Junge. Hot zone. Wenn wir auch schon mal hier sind, kann ich mal gucken, ob der Questraum offen ist. Oh, ich muss bloß... Das ist ne gute Idee. Ich weiß, wo der ist. Ich kann dir zeigen, wo der ist. Hier komm, was hier ran. Okay. Das mit dem Rennen und Springen bin ich. Hier bin ich. Draußen ist einer vorbeigerand. Kann sein, dass das ein Scaff war. Ja. PS Munition, ja. Besser als gar nichts. Hier liegt auch nochmal PS. Vielleicht hat der Scaff noch was drin. Du müsstest jetzt einmal da durchkriechen und dann ganz rechts die Tür. Ich bleib hier, dass sie dich nicht da einkästeln können. Mhm. So, welche Tür ist das jetzt? Ganz geradeaus durch und dann die letzte rechts. Oh, nee. Die ist zu. Schade. Ja, ist echt schade. Mist. Na ja, versuch was wert. Essen habe ich noch was? Oh, trinken bräuchte ich noch was. Was denn? Wohin? Hey. Hallo. Was machst denn du? Damit wir nicht direkt an der Tür stehen, meine ich. Ja. Warte, schloppt hier was. Lass. Oh, nee. Ich habe zu trinken. Danke, danke. Hab schon. Danke. Cool. Essen habe ich dir gedroppt? Ne, habe ich auch. Danke, danke, danke. Ah, okay, da hast du alles. Hm, hm. Hast du Kaffee nicht gehört? Hm, rechts irgendwo, ne? Noch mehr? Ja. Ja. Ach so, ich wollte gerade sagen, kommt der noch mit Laser an, ne? Ist das der Typ? Hier ist aber einer weggerannt. Hier ist was. Hier links, glaube ich. Da hast du ihn, ne? Er warmungslos niedergeknüppelt. Der Raum wurde schon gelootet, dann gehen wir hoch. Der kommt vorne, am Eingang. Nice. Aber ich glaube, hier war auch schon jemand. Wo willst du jetzt hin? Hier noch kurz gucken, ob die da drin waren. Wahnsinnig, okay. Diese blöde Tür, immer klemmt die mich ein, Alter. Aber hier ist... Eine Etage hoch, ne? Ich bin hier gegenüber. Wer quiegt mich hier an? Wo ist denn das, Kev, Alter? Wo ist denn das? Ich sehe dich. Ich sehe dich. Wo ist denn das? Ich sehe dich. dann langsam los. Ja, du bist wegen. Halsche Tür. Ich bin hier. Kommst du dir gerannt? Irgendwo muss ja noch ein... So, dann raus. Ich wollte ein bisschen XP geben und war ein paar Scavies. War auf jeden Fall ordentlich Scavies und gut gelootet. Und alles angetippt, ne? Nicht alles, aber einiges. Bin gespannt. Die ganzen Pilgrim voll mit Lube, auf jeden Fall. Ja, ne, ganz voll habe ich nicht. Aber ist egal. Jetzt ist bloß das Problem, wie werde ich meinen Pilgrim los? Nein, den muss er wieder mit reinnehmen. Ja. Mann. 8.869. Ist doch gar nicht so übel. 4.000, noch was. Naja, 18 Scavs. 18.